Die Beiträge können alternativ zur Karte auch in Listenform angezeigt werden. Hier gibt es vielfältige Filteroptionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, alle vorhandenen Beiträge ab- oder aufsteigend nach Kategorie, Typ, Verfassungsdatum, Anzahl der Bewertungen und Kommentare anzeigen zu lassen. Die Beitragskategorien lassen sich in der Liste und auf der Karte auch farblich unterscheiden. Ebenso wie in der Kartenansicht kann man sich hier die Beiträge anzeigen lassen. Es bestehen dieselben Bewertungs- und Kommentierungsmöglichkeiten. Je nach verwendetem Endgerät befinden sich die Filteroptionen entweder auf der rechten Seite im Browser oder lassen sich über das Filtersymbol oben rechts, zum Beispiel bei einem Smartphone, aufrufen und anwenden. Der große rote Button oben rechts auf der Seite fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, selbst aktiv zu werden und einen eigenen Beitrag zu verfassen. Er führt direkt auf die Beitragseingabemaske. Ein didaktischer Hinweis Durch die Beitragsfilterfunktion wird eine bessere Übersichtlichkeit der für den Nutzer oder die Nutzerin relevanten Beiträge geschaffen. Hierdurch lässt sich einfach und schnell feststellen, welche abgegebenen Beiträge am stärksten diskutiert oder bewertet werden. Die Beiträge der Bürgerinnen und Bürger erhalten überdies eine vergleichbare Wertigkeit wie die städtischen Geodaten auf den Fachdatenlayern. So lassen sich zum Beispiel alle Beiträge zum Thema Mobilität anzeigen, indem alle anderen Kategorien ausgeblendet werden. Die Bürgerinnenansicht auf ein bestimmtes Thema lässt sich so in ihrem Beteiligungsstand entsprechenden Umfang leicht darstellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.